Der neue Beef Club Grill Steakhaus von Asir bei Asir im KDW. Schöner Dresenbereich, heute haben wir Glück mit dem Dreh, die Sonne scheint. Große Mitteltisch, toll saniert, toll gebaut. Hier der schöne Küchenbereich mit dem Spezialgrill. Schön viele Sitzplätze. Tolles Steak aus MKDW von Bayhazir. Es geht aber nur, weil das KDW noch nicht geöffnet hat, dass wir hier drehen können. Das Musik haben wir schon mal. Auf nach Küchenbereich. Und hier der Stammtisch. Danke für die Zuschauer und schönen Tag, bis zum nächsten Mal.